wie schon angekündigt feiern wir dieses jahr weihnachten in unserem wohnmobil da wir die bescherung allerdings nicht machen wollten im wohnmobil weil wir nicht alles reinpacken wollten haben wir das schon mal zu hause pro forma erledigt ja mein geschenk denke ich mal war dieses jahr der absolute wahnsinn eine mavic pro drohne da werdet ihr mit sicherheit noch sehr sehr viele wunderschöne aufnahmen von sehen mir fällt gerade auf dieses jahr wird nicht mehr viel ab nächstes jahr ja Musik Musik Wir haben dieses Jahr in Bentheim gefeiert. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020